Wer hängt denn da? Hat er da ne Maske um Kopf? Sieht so aus. Was brauche ich denn? Eine Seilwinde. Die Uhr ist auch da. Dort komme ich wieder raus. Eine Seilwinde. Ach, ein Haken nur noch. Also ein Hebel. Mal gucken, was der uns zu sagen hat. Okay, let's get him down from there. I need to find some way to cut those off. Ist das da ne Dynamitbombe um sein Körper? Gramps was worried that someone from the syndicate was finally coming for him and the coin. Ich hatte Angst, dass der syndicate mich und die Münze irgendwann erwischen würde. Deshalb fingierte ich den Diebstahl und meldete die Münze als gestohlen. Finne benutze den Bolzenschneider bei der Kette. Okay, wieder ganze Teile, äh also nur so Teile suchen, meine ich. Okay. Okay. Maskenteil. Ein Maskenteil. Ein Maskenteil. So. No time to talk now. Hurry. Find the keys to get these manacles off. Handchain Schlüssel. Das ist ja ein komischer Schlüssel. Aber den werden wir schon finden. Dort, beim PC, beim Laptop. Okay, lasst uns die manacles off von ihm. Es ist gar kein Laptop, es ist ein Computer. Naja, es ist halt ein Bildschirm und eine Tastatur und es sieht aus wie ein Computer, aber da ist kein Computer. So. Du weißt, dieser Mann könnte mehr zu helfen. Der hat doch nur noch irgendwas um den Bauch. Es ist eine Bombe. Ich brauche einen Weg, um das zu verhindern. Ich bin afraid, es wird weg, wenn ich zu viel verhören. Ich denke, der fool Cyril hat eine Art Direktion. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ich hab's doch die ganze Zeit gesagt, es ist eine Bombe. Niemand hat mir gehört. Zugehört. Ein bisschen zu technisch für mich, aber zumindest hat es Illustrationen. Okay, so. Das wird wahrscheinlich ein Rätsel sein. Okay, wie hart kann das sein? Ich muss nur ein paar Wörter rechnen. Es sieht aus, wie das Manual hat die Wörter für die Wörter. Geht da jetzt eine Zeit runter, oder was? Klicke auf zwei Drähte, um sie zu tauschen. Ordne alle Drähte richtig an, um die Bombe zu entschärfen. Hä? Muss ich einfach nur grün so machen, oder was? Das ist es dann, oder ist es falsch? Weil ich ihn mache. Weiß ist dort. Rot. Und jetzt noch das da. Stimmt sogar, okay. Hatte er auch da... Ha, das war nicht so hart. Wer braucht eine Bombe-Squade? Grüne Dinger. Kontrolllampen. Danke sehr, Autumn. Sie haben mich gefangen, als ich versucht, etwas Beispiele zu finden. Du bist ein Polizontagier? Ein Investigator von Interpol. Ein Investigator von Interpol. Ein Investigator von einem Schraubring. Jetzt, schauen wir, was wir finden können. Wieder ein Teleskop brauchen wir und Kombinationen. Du, 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 du. Ich weiß es nicht. Werden wir gleich herausfinden. Eine weitere Tagebuchseite. Nachdem die Mütze weggekommen war, hat die Syndicate von Gramps eine letzte Mal, bevor seine Todes. Er schreckt ihn mit mir? Oh, Gramps. Ich wünsche, dass wir alles darüber gesprochen haben, bevor es zu late war. Nachdem die Mütze verschwunden war, nahm das Syndicate noch ein letztes Mal Kontakt mit mir auf und drohte mir damit, dir etwas antun zu wollen, Autumn. Was brauche ich denn hier? Beweise. Be-be-be-be-beweis. Was machst du da? Ich weiß, dass es hier etwas gibt, das zu helfen wird, um eine Verwaltung zu führen. Teleskop. Teleskop und Beweise noch ein Stück. Dort oben, oder? Es sieht aus, dass Cyril etwas Erklärung zu tun hat. Ich wundere, ob das Chester helfen wird. Aber ich würde sagen, wir geben das Chester in der nächsten Aufnahme. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Ciao.